Der Orient fasziniert nicht nur mit seinen unzähligen Mythen und Geheimnissen, sondern auch mit seiner Tanzkunst. Im Studio Marrakesh bringt man ihnen die fantastische Welt des orientalischen Tanzes auf wunderbare Weise näher. Die charmante Inhaberin der Tanzschule und gebürtige Marokkanerin Mina Nauri heißt mit Künstlernamen Amina und hat den Rhythmus im Blut. Als professionelle Tänzerin und Choreografin weiß sie genau, wie jeder Schritt zu setzen ist. Erwachsene und Kinder jeden Alters kommen gerne hierher, um sich ins Reich des orientalischen Tanzes mitnehmen zu lassen. Zudem bietet die lizenzierte Zumba-Trainerin mit zwei Mitarbeitern Kurse für dieses beliebte Fitnesskonzept. Amina ist bekannt dafür, dass sie Menschen mit Tanz und Bewegung glücklich macht. Das liegt vor allem auch an der Art und Weise, wie sie strahlt und lacht und ihre Schüler den Alltag vergessen lässt. Neugierig geworden? Kommen Sie ins Studio Marrakesh und lassen Sie sich begeistern! Untertitelung des ZDF für funk, 2017